Begleiten Sie die grüne Kugel auf Ihrem Weg durch den Boden. Zunächst kommt eine enge Bodenpore. In dieser weiten Pore treffen wir eine Wurzel mit Wurzelhaaren und einige Kolumbolen. Auf unserem weiteren Weg werden wir von mehreren Pilzhüfen begleiten. Jetzt kommen wir wieder zum Ausgangspunkt der Reise. Wenn Sie Lust haben, beginnen Sie gleich nochmal.